Okay, Manuel, heute nicht von einfach angespielt, wie auch im Pokal, aber das zweite Spiel, dass du dabei warst. Was sagst du zu deiner Mannschaft bis jetzt? Ja, man sieht ja, die Jungs können fußballschönen, die können laufen, die wollen, das sieht man. Und ich denke, wir haben heute auch wieder einen guten Job gemacht. Okay, ich habe das Gefühl, du bringst ein bisschen Ruhe ins Spiel, wenn du kommst. Wenn du reinkommst, hältst du den Ball vielleicht einen Moment, zeigst du auch an, habe ich im Pokal gesehen, zeigst du die Wege an, gibt es da schon gute Verständigung mit deinen Mitspielern? Ja, ich denke, das wird jetzt langsam, langsam, denke ich, wird das jetzt immer besser und die wissen dann auch, wie ich mich auch bewege oder wie ich die Bälle dann eroberne oder halt wie ich die Bälle haben will und das wird jetzt von Woche zu Woche, denke ich, wird das besser. Okay, und von der Fitness her, reicht es für 90 Minuten oder ist es der Trainer, der jetzt noch entscheidet? Ja, gut, ganz ehrlich, das reicht noch nicht für 90 Minuten, ich war, wie gesagt, ich habe jetzt sechs bis acht Monate nicht gespielt, ich war ja verletzt auch und hat mich ja nur fit gehalten und das reicht noch nicht für 90 Minuten. Und das ist, denke ich, ganz gut so, dass der Trainer das so gemacht hat. Okay, dann hat der Trainer ein bisschen mit der Taktik variiert in den letzten Spielen, auch mit der Aufstellung, wo siehst du dich von der Position her? Ja, wie gesagt, ich denke, so wie ich jetzt heute gespielt habe, hinter der einen Spitze oder dann halt als Doppelspitze auch zu fungieren und ja, lass uns überraschen, wie dann, was für die Trainer für die Ideen einfallen. Okay, und hier in Halberstadt fühlt es sich wohl? Hast du hier eine Wohnung gefunden oder? Ja, bis jetzt noch nicht, also bis jetzt bin ich vorübergehend nach dem Hotel und machen wir jetzt mal in Ruhe. Jetzt ist mal Fußballspielen wichtiger. Noch eine Frage, was erwartest du von der nächsten Woche und speziell vom nächsten Spiel in Leipzig dann, im großen Stadion, von einer recht großen Kulisse? Ja, ich denke, es wird ein geiles Spiel, für die Jungs auch in dem Stadion und den Zuschauern. Das ist ja fast wie Bundesliga, in dem Sinne. Und ich denke, das muss einfach Spaß machen dann nächste Woche. Wenn ihr gewinnt, seid ihr Tabellenführer nächste Woche, zumindest seid ihr dann vor Leipzig. Ist das ein Ziel oder wie glaubst du, sind die Chancen? Ich denke, die Chancen stehen gut, wenn wir diszipliniert und taktisch gut spielen und mannschaftlich hinter dem Ball stehen. Und dann denke ich, wird das ein schweres Spiel für Leipzig.